Und da sind wir auch schon wieder bei Code Vein. Hätte ich gewusst, dass die Kathedrale sich als so riesig, ähm, ihr wisst, was ich sagen will, als so riesig herausstellt, dann, ja, was wäre dann? Dann hätte ich mich irgendwie, keine Ahnung. Ah, ist schon brutal, wie groß die ist. Und ich weiß nicht, ob da noch, da wird es wahrscheinlich noch einen Innenraum geben, in der Kathedrale. So, wir machen mal die Buffs an. Klettert einer hoch? Nein. Königinnenstahl. Ich muss den echt jetzt mal benutzen und meine Waffen upgraden. Okay. Und eine neue Abkürzung. Was? Nein? Äh, oh. Ups, da ist ja... Jetzt bin ich wieder hier. Und nun? Da ging es trotzdem nicht weiter. Es ist schon wieder so weit, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, es ist schon wieder so weit, dass ich nicht weiß, wo wir hin müssen. Nein. Hier rechts kommen wir nicht entlang. Ah. Oh. Ich hoffe, das war... Ich glaube, das war dumm. Das mit der Leiter verstehe ich nicht ganz. Jetzt hier irgendwo ein Secret, was wir nicht gesehen haben. Ich glaube, es ist schon wieder so weit, dass wir hier irgendwo einen versteckten Schalter gibt oder sowas. Und hier ging es wieder runter, da waren wir ja. Das ist klar. Oh, scheiße. Aua. Ja, okay. Hier war definitiv nichts. Na, war ja klar, dass wir irgendwann in eine Sackgasse kommen, beziehungsweise nicht wissen, wo es weitergeht. Mich wundert es, dass wir überhaupt schon so weit gekommen sind, ohne in eine Sackgasse zu geraten. Oh, Mann. Ich habe mich vertan hier, dass da wollte ich. Nee, nur noch eins. Aber danke der Nachfrage. Sehr lieb von dir. Ähm, da runter. Ah. Okay, wow. Königinensstahl. Davon wirst du hier aber auch überschüttet bis zum Gehtnichtmehr. Jedes Item, wo du hier findest, Königinensstahl. Königinensstahl. Da sind wir gerade eben runter. Nun, da ging es nicht entlang, da ging es auch nicht entlang. Hier ging es auch nicht runter. Da kommen wir her. Da waren wir noch nicht. Ah, da kommen wir auch so nicht rüber. So, die Frage ist, hier kommen, kommen wir da rüber? Ich glaube, das schafft wir nicht. Nein. Und da ging es auch noch entlang. Aber wie kommen wir da rüber, um die Karte zu aktivieren? Und die Frage ist, kommt man, wenn ich hier rüber renne? Ich habe jetzt halt keine Lust zu sterben. Wie kommen wir hier entlang? Ich glaube sogar, da waren wir vielleicht da sogar schon mal. Hm. Ja, da kommen wir ja gerade her. Äh, Entschuldigung. Ich habe mich gerade anders hingesetzt. Hier geht es nicht entlang. Ich öffne jetzt mal die Karte. Ähm. Da kommen wir her. Hier sind wir gerade. Dort haben wir keinen weiteren Weg gefunden. Und da konnten wir die Tür auch nicht öffnen. Wenn ich hier jetzt zurück renne. Macht das Sinn? Es müsste ja theoretisch dann doch da weitergehen. Und da war auch was, was wir noch nicht geöffnet haben. Hä? Da drüben ging es noch einen Weg nach rechts, den ich nicht gesehen habe. Bin ich jetzt bescheuert. Und nochmal alles zurück. Seht ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt hier rechts gehe, dann links und dann rechts. War da ein Weg, wo ich... Kann ja nicht sein, dass ich da nichts... ...geziehen habe, oder? Nee. Aber es soll hier angeblich entlang gehen. Scheiße. Scheiße. Ein tot Ende. Hä? Also klar ist, darüber schaffen wir es definitiv nicht. Und hier geht es auch nicht entlang, wie das Spiel behauptet. Da unten waren wir auch schon tausendmal. Hm. Einzige Möglichkeit, die mir jetzt hier bleibt, ist darüber. Aber ich glaube... Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das würden wir hier nicht schaffen. Außer es gibt irgendwo noch eine andere Möglichkeit, runterzuspringen. Oh, hier waren wir denn nicht. Wow. Ähm. Hier? Hier? Ja. Ich habe... ...gefunden, wo es weitergeht. Chemisches Licht. Oh, hi. Okay. Dann können wir uns ja jetzt wieder anstrengen. So. Hier war nichts mehr. Es ist aber auch echt kompliziert aufgebaut, muss man sagen. Und ich habe da oben ein Item vergessen. Ich kriege es trotzdem. Wow. Hier kann ich jetzt das Tor öffnen. Da waren wir. Okay. Dann geht es hier jetzt weiter. Dann kann ich hier auch die Missile aktivieren. Dann haben wir endlich mal eine kleine Übersicht. Ah, schön. Anti-Hemmung. Das ist aber auch nur eine Kartenmistel. Mehr nicht. Oh, und hier geht es auch weiter. Ja, schieb mich doch runter. Und hier links war noch was. Da gucken wir ganz kurz. Kündigen den Stahl. Zum millionsten Mal. Okay, und hier müssen wir dann in dem Fall runter. Oh, Hebel. Die Leiter. Ja. Okay, die Leiter. Oh, ich habe dich nicht gesehen. Ja, danke. Und gleich bestraft werden dafür, gell? Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Okay, ich weiß, wo wir sind. Ähm. Dann kann ich auch kurz hier rüber gucken. Hier rüber gucken. Hier rüber schauen. Schön wär's, aber ich habe seit Jahrhunderten keine Mistel mehr gesehen. Oh Gott. Nein. Nein. Oh. Jetzt sind wir wieder hier. Warum? Wieso? Von mir aus. War das dann die Leiter, die wir gerade runter... Ich glaube... Ne, das ist die gar nicht, oder? Oder ist das die? Ja, 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 doch. Das war die. Ich erinnere mich. So. So weit, so gut. Oh mein Gott. Was, 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 was ist los mit dir? Spaut der die ganze Zeit vor mir. Oh. Endlich. Und wie wir hier safen. Stufe in Aufstieg. Machen wir zwei. Natürlich ist es verschlossen. Aber ich bin glücklich, wir haben den Safepoint. Yay. Da geht's gleich noch entlang. Natürlich. Zack, 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 zack. Da, da, da. Einmal hier runter. Fettklopps und... Gehen wir hier entlang. Mag Fettklopse nicht. Und Tor. Wir machen schon durch das Leverab deutlich mehr Schaden. Was hat sich geöffnet? Da unten hat sich... Was genau hat sich da jetzt hier geöffnet? Äh, das war die Mistel. Okay. Da ist einer. Da können wir eigentlich schnell runterhauen. Die waren doch mehr als ich dachte. Willst du etwas erheben, das wir nutzen können? Wuh. Hi. Will ich in den Stahl? Also der, wo die Kirche gebaut hat, wusste selber nicht, wie er es machen soll. Ich wohne hinter die Leute auch immer. Okay, wir müssen in dem Fall hier runter. Oh Gott. Danke. So, da, das sieht irgendwie aus wie so eine, ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt, diese unsichtbaren Wände, wie auch in Dark Souls. Wenn, dann hätte ich, habe ich wahrscheinlich schon 95% davon verpasst. Ne, 100%. Dann habe ich 100% bis jetzt verpasst, ich meine 95% im Spiel, die ich nicht finden werde. Ich mag solche Sachen nicht, wo ich runterfallen kann. Oh Gott, das war fast daneben. Wollen wir hin? Bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, wow. Hammer. Danke. Das heißt, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen für nichts. Das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Hatte ich irgendwas verpasst? Ging es hier irgendwann weiter? Hey, 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 ich bin wieder hier. Sorry, ich bin auf meinem Weg. Okay. Waren wir hier eigentlich schon? Äh, ja, hier kommen wir ja. Ups. Die hat sich jetzt nicht geöffnet. Nein, okay. Das schreit nach Karte. Ähm. Können wir da irgendwie ein bisschen rüberlenken? Nein. Weil ich sehe hier eigentlich kaum was. Da sind wir von runtergesprungen. Hier sind wir, haben wir gerade die Tistor geöffnet. Warum auch immer. Das heißt, wir haben irgendwas auf dem Weg vergessen. Gehen wir nochmal zurück. Hier ist rein gar nichts. Nein. Welchen Sinn hat er das dann jetzt bitte? Jetzt, ähm, ja bitte. Welchen Sinn hat er das jetzt bitte? Wir sind ja einmal im Kreis gelaufen. Wir müssen irgendwas verpasst haben. Definitiv. Äh, ja, zum Beispiel hier. Huah! Huah! Angst! Wenn wir die Waffe schon haben, dachte ich, kann man sie auch so nutzen. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. In dem Fall müssen wir hier rüber. Oh, Mann! Warte. Echt jetzt? Jetzt sind wir schon wieder hier. Das Spiel. Das Spiel. Das heißt, wir... Das war gerade übel gefährlich, nur um wieder hier zu landen. Also, das war für ein gewisses. Äh, ja. Ist das da, wo wir... Das ist da, wo wir gerade waren. Da brauche ich nicht schon wieder runterfallen. Hier. Sind wir, glaube ich, vorn runtergesprungen, oder? Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Da würde ich gern hin. Hier geht es auch noch entlang. Und ich glaube, hier waren wir auch selber noch gar nicht. Ah, das ist verdammt tief, gell? Da kommen wir vielleicht von... Irgendwo besser entlang, von hier. Ja, gehen wir mal hier hin. Hier unten waren wir nämlich... Hier waren wir schon, aber... Das haben wir in dem Fall übersehen. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig erkannt. Lautes Atmen. Oh nein. Hi. Oh, Gott sei Dank ist hier eine Mauer. Ja, komm, mach's doch noch mal. Dann kann ich ja mal ein E-Bot benutzen. Okay, so weit, so gut. Hier geht's wieder runter. Und jetzt kommen wir zu der Tür. Habe ich recht. Ja, aber hier geht's dafür dieses Mal auch noch weiter. Und zwar hier. Oh, hi. Oh nein, zwei. Ich habe gerade meine Fähigkeit benutzt. Das darfst du nicht. Geh weg. Einer weniger. Hast du dir überhaupt Schaden gemacht? Nicht wirklich. Danke für deine Uselessigkeit. Und da ist auch noch eine Leiter, wo wir nicht drankommen. Was hat sich jetzt genau getan? Nichts. Ich muss den Schalter jetzt nochmal benutzen, weil wir ihn jetzt zweimal benutzt haben. Nachher habe ich was wieder zugemacht, dann lieber wieder öffnen. Hm. So was hasse ich ja, gell? Jetzt, bis endlich weiter. Oh, das geht wieder mal wieder nicht weiter. Und da oben. Waren wir da oben eigentlich schon irgendwie? Dann gehen wir einfach nochmal hier rüber. Wenn ich das richtig sehe, kommen wir hier zu der Truhe. Ja, ich habe mir schon überlegt, wie wir da hinkommen. Nur eine Truhe und ein bisschen Übersicht ist jetzt auch vor allem nicht schlecht. Waffe? Es ist öffnet. Es ist öffnet. Waffe du etwas, was wir nutzen können? Nachtdorn 4. Talent hoch. Die Beweglichkeit der Waffe sehr schnell. Ein bisschen weniger Schaden. Aber nicht viel. Super. Das Ding ist super. Und kaum Gewicht. Und es sieht auch noch richtig geil aus. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die nehme. Geil. Dann wäre ich sogar mit. Ne, okay. Sonst mit keiner. Aber damit. Die Frage ist, waren wir hier unten schon mal? Da geht es. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ich glaube, wir waren hier schon. Nochmal hoch. Wir sind zeitlich schon wieder drüber. Wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge wieder. Ich mache es diesmal kurz und schmerzlos. Ich hoffe, ihr haltet wieder ein bei Code Rain.